Ach, Müller, wo waren Sie denn so lange? Ach, wir haben wohl unterwegs ein kleines Dickerchen gemacht. Aha, gut zu wissen. Kommen Sie. Okay, dann hier geht's zur Wäschespinne. Bitte, Müller, Sie vermissen einen gewissen Mann namens Frank Vogel. Sorgen Sie dafür, dass Stromer die Fährte des Mannes aufnimmt. Okay, Chef. Oma, such. Oma, sieht doch so jodendunt aus. Hm, ich glaub, der will nicht mitmachen. Jetzt können Sie uns zur Wäsche leiten. Okay. 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 Musik Herr Mayer, was machen wir denn jetzt? Das ist einer der schwierigsten Fälle, die ich hier hatte. Wo ist denn Ihr Kollege mit dem Hund? Ach, der ist bestimmt wieder eingemickt. Mach dir um den keine Sorgen. Was machen wir denn jetzt, Herr Mayer? Und außerdem, Jenny, ich habe dir doch hundertmal gesagt, bitte tu deinen Müll in den Mülleimer. Aber wie denn, wenn kein Mülleimer da ist? Wie, der ist nicht da? Das kann doch nicht sein. Erst ist der Frank weg, jetzt ist der Mülleimer weg. Ich drehe durch, ich flippe aus. Ich halte das nicht mehr aus. Ich weiß. Frau Vogel, Jenny, ich kombiniere. Also, zuerst war Ihr Mann weg. Danach der Mülleimer. Ich vermute mal, dass es sich um ein sogenanntes Missverständnis handelt. Also, zuerst ist ja Ihr Mann verschwunden. Ich glaube, dass... Und danach der Mülleimer. Ich glaube, dass Ihr Mann und der Mülleimer gleichzeitig verschwunden sind. Und zwar, dass Ihr Mann den Mülleimer weggebracht hat. Wohin, ist mir noch nicht klar. Aber ich habe schon eine Idee. Ich kann es nicht beweisen, aber ich hätte eine Idee. Frau Vogel, Jenny folgt mir. Ich möchte es nicht mehr, wenn Sie nicht mehr weg werden. Ich muss nicht mehr wegnehmen. Ich möchte es nicht mehr wegnehmen, wenn Sie eine Rolle spielen wollen. Und es gibt es nicht mehr um die Müllewnymeeln. Und es gibt es auch wieder zurückschauen, wenn Sie sich an den Mülltonnen schicken. Und es gibt mir auch mehr. Da drunter steht ihr Mülleimer. Stimmt das? Ja, genau. Das ist unser Mülleimer. Und jetzt? Gut. Ja, das ist unser Mülleimer. Und wo ist jetzt der Frank? Ich höre was. Ich hab ihn gefunden! Frank, da bist du da! Frank, was ist los? Was ist passiert? Wo warst du? Wir haben uns Sorgen gemacht. Wo bin ich? Ich hab den Müll rausgebracht. Ich hab dich so vermisst. Mir ist wohl schwindelig geworden. Ich glaub, alles ist wieder gut jetzt. Komm, komm, wir müssen... Alles ist wieder gut. Wir helfen dir. Danke, Herr Meier. Ich danke Ihnen, dass Sie unseren Mann und Vater wiedergebracht haben. Sehr gerne. Komm, Kinder, wir gehen nach Hause. Abendessen wartet auf uns. Sie haben ein Problem. Wir haben die Lösung. Detektivbüro Max Meier. Auf Wiedersehen. Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018